Zuerst reinigen Sie die Oberfläche und behandeln den Heizkörper mit einem Anlauger, den Sie mit dem Pinsel auftragen. Das ist später wichtig, damit die neue Farbe gut haftet. Alternativ können Sie den Heizkörper mit Schleifpapier anschleifen. Hier verwendet man Schleifpapier mit einer 120er Körnung oder ein Schleifvlies. Danach das Abstauben nicht vergessen. Bei Roststellen muss der ganze Rost entfernt werden. Anschließend werden diese Stellen mit einer Rostschutzgrundierung behandelt, damit der Rost nicht später wiederkommt. Diese muss 24 Stunden trocknen. Danach kann die Lackierung beginnen. Als Werkzeuge verwendet man einen Heizkörperpinsel und einen kleinen Roller mit florigem Bezug, mit dem sich der Lack gut verteilen lässt. Den ersten Anstrich lassen Sie 12 Stunden trocknen. Es müssen zwei Anstriche aufgetragen werden, damit das Ergebnis auch dauerhaft ist.